Svabhava Chimmayanandam Betrachte die Shiva-Sutren. Wenn du schaust, auf welche Art die Shiva-Sutren weitergegeben wurden. Shiva saß und neben ihm saß Devi. Aber sie waren keine zwei Personen. Solange noch zwei Personen waren, sprach Shiva nicht. Nur als er sah, dass aus den zwei Personen eine wurde, dann sprach er. Devi war nicht mehr da. Sie verschmolz mit Shiva. Nur dann begann Shiva mit den Ausführungen über die Shiva-Sutren. Er sagte, nun bist du für die Wahrheit bereit. Und er gab ihr das wunderbare Sutra, wenn du liebkost wirst, meine Prinzessin, steige in die Zärtlichkeit, als sei sie das ewige Leben. Um die Technik dieses Sutras ausüben zu können, brauchst du mindestens eine ehrliche, aufrichtige Beziehung in deinem Leben. Jemand geht zu einem grossen, heiligen Ramanaja. Er war ein grosser Heiliger, dessen Tiefe nicht einmal Shankara erreicht hatte. So jemand geht zu ihm und fragte, Meister, ich möchte Gott finden. Ich möchte die Erleuchtung haben. Kannst du es mich lehren? Ramanaja fragte ihn, hast du jemals die Liebe erfahren? Hast du die wirkliche Liebe erfahren? Hast du dich selber in der Liebe verloren? Der Schüler war geschockt und sagte, was? Ich lebe enthaltsam, ein ehrliches Leben. Ich kontrolliere mich selber. Ich mache alle spirituellen Praktiken. Ich kam zu dir, um Gott zu verwirklichen, und du sagst mir etwas anderes. Was lehrst du mich? Ramanaja antwortete, wenn du nicht einmal die gewöhnliche Liebe erfahren hast, dann vergiss, dass du Gott erfahren kannst. Du kannst ihn nicht erfahren. Du kannst Gott nicht erfahren, wenn du nicht zuerst die gewöhnliche Liebe, was du unter Liebe verstehst, erfahren hast. Du wirst nicht verstehen, was mit dir geschehen wird, wenn du verliebt bist. Nur wenn du erfahren hast, was mit dir geschieht, wenn du in ein Objekt oder eine Person verliebt bist, dann bist du in der Lage, deine Aufmerksamkeit auf die Erfahrung selber zu richten. Statt die Aufmerksamkeit auf das Objekt oder die Person zu richten, richte deine Energie auf die Erfahrung selber. Wenn du nicht diesen Raum des Verliebtsseins, den Raum des Inliebeseins erfahren hast, ist es unmöglich, Gott zu erfahren. Du kannst es nicht tun. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast nicht mal einen flüchtigen Blick von der göttlichen Erfahrung. Ausser wenn du Erfahrungen ausserhalb deiner auf Logik basierenden Beziehungen gemacht hast, jenseits deiner logischen Kalkulation. Wenn du berechnenst, jemandem ein Lächeln schenkst, dann ist das keine Beziehung. Du bist wie ein armer Bettler. Wenn du mit jemandem zusammen bist und kalkulierst, dann kannst du nicht mit dieser Person schwingen. Dann kannst du diese Person nicht lieben. Wunderschön, sagt Ramanachar. Nur eine Person, welche diesen Raum ausserhalb der Logik erfahren hat, kann die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung selber richten und nicht auf das Objekt. Richte die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung selber. Das wird auf natürliche Weise dich auf dich selber richten. Diese Liebe wird dich zu deinem Wesen führen. Die Liebe kann dich zum Objekt oder zum Subjekt führen. Es ist eine Brücke. Sie kann dich in Richtung Objekt führen oder zu dem Subjekt. Wer dieses Tor der Liebe verwendet, um zum Subjekt zu gelangen, zu sich selber, wird erleuchtet werden. Du befreist dich selber und die andere Person. Wer dieses Tor der Liebe verwendet, um zum Objekt zur anderen Person zu gelangen, der kettet sich selber an und die andere Person auch. Du beginnst, diese besitzen zu wollen und besitzt zu werden. Wann immer du jemanden besitzt, du kettest dich selber auch an. Wenn immer du einen Hund an der Leine hältst, sei dir bewusst, du bist auch an der Leine. Denke nicht, dass nur der Hund an der Leine ist. Du bist es auch. Denke nicht, dass nur der Hund nicht wegrennen kann. Du kannst es auch nicht. Du magst denken, dass du spazieren gehst und den Hund an der Leine hältst. Der Hund denkt, dass er spazieren geht und dich an der Leine hältst. Und ehrlich, wir wissen nicht, wer wen an der Leine hältst. Wie wissen Sie? Du wirst nicht wissen. Mit Besitzgier bist auch du gefangen, nicht nur die andere Person. Nun, sag Shiva, dass du die Wichtigkeit der Erfahrung selbst gibst und nicht dem Objekt. Ich sage dir, wenn du nie der Erfahrung selbst, selber die Wichtigkeit gegeben hast, wirst du konstant Leiden für dich und den anderen verursachen. Konstant wirst du den anderen quälen und du denkst, dass das Objekt nicht richtig sei und du versuchst, den anderen Laufen zu ändern. Je mehr du den anderen ändern willst, umso mehr Leiden bringt es für das Subjekt, für dich. Stattdessen, wenn du den wunderbaren Raum der Liebe nutzen kannst und dich selber auf das Subjekt, dich selber richten kannst, dann wirst du vom Objekt der anderen Person frei sein. Dann bist du befreit, auch wenn du mit dem Objekt zusammen bist. Du wirst einfach vor Liebe überfließen. Da ist eine wunderschöne Bemerkung von einem grossen Meister, Abhiana Vardita. Welcher sagt, nur durch diese einzige Technik kannst du 24 Stunden in demselben Raum der Liebe sein. Denn wenn du einmal weisst, wie du die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung selber richten kannst und nicht auf das Objekt, dann kannst du 24 Stunden in Liebe baden. Weil dadurch kein Bedürfnis nach einem Objekt ist. Du bist von dem anderen Objekt befreit. Ich sage dir, das ist die ultimative Freiheit. Die Freiheit vom Objekt ist die höchste Freiheit, das ist die höchste Beziehung. Du wirst grundlos strahlen. Du wirst die Liebe ohne Grund ausstrahlen. Einfach nur, weil du hier bist. Weil es dich gibt, wirst du strahlen. Einfach nur, weil du bist. Sei dir bewusst, wenn du an einem Objekt hängst, ohne dich auf das Subjekt, dich selbst zu richten, wirst du selber vom Objekt gelangweilt sein. Wie lange kannst du dich damit unterhalten? Solange es noch neu ist, fühlst du das Interesse. Aber mit der Zeit fühlst du dich gelangweilt. So, das hilft dir nicht. Ich sage den Leuten immer, wenn sie diese Wahrheit in ihrem Leben ausdrücken und leben, dann stehe ich hinter ihnen. Denn diese Liebe ist unendlich und kann nicht angetastet werden. Sie ist ein Teil von deinem Wesen. Du bist zur Liebe geworden. Die Liebe zu Krishna sollte etwas in dir bewirken, dass du einfach zur Liebe wirst. Die Liebe zu Shiva sollte etwas in dir bewirken, dass du einfach zur Liebe wirst. Es ist nicht nur die Liebe auf eine einzelne Person gerichtet. Sie ist auf die ganze Menschheit gerichtet. Buddha sagt, ich lebe im Sangha. Das heisst, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf mich, richte es auf das Subjekt, auf dich. Damit wirst du die ganze Welt bereichern. Wenn das Objekt beseitigt ist, dann wird die ganze Welt zum Objekt. Du hast nie Leiden und wirst nie leiden. Da ist eine wunderbare Beschreibung von Rastalila. Rastalila ist nicht aus einem materiellen Grund. Radha bringt keine Geschenke zu Krishna oder Krishna bringt keine Geschenke zu Radha. Verstehe. Du gibst Geschenke und Aufmerksamkeiten, weil du keine Liebe geben kannst. Wenn du wirklich voller Liebe bist, wird deine Körpersprache die andere Person überzeugen, dass du verliebt bist. Du gibst Geschenke, weil du keine Liebe geben kannst. Weil du das nicht kannst, schenkst du etwas, damit der andere glaubt, dass du verliebt bist. Alle Präsente und Geschenke sind nichts anderes als ein schlechter Ersatz für deine Liebe. Alle Geschenke, alle Präsente, wenn ich sage alle, meine ich grossgeschrieben alle. Wenn dein Ego verletzt ist, dann tut es mir leid. Was ich sage, ist wahr. Lass es mich klar sagen. Wenn du wirklich verliebt bist, in Liebe bist, geschieht etwas in dir und du musst es der andere Person nicht sagen. Die andere Person wird es aufgrund deiner Körpersprache sehen und fühlen. Die andere Person wird es aufgrund deiner Gegenwart fühlen. Es ist nicht nötig, etwas zu sagen. Wenn du es versuchst zu sagen, sei dir bewusst, da ist etwas ernsthaft falsch daran. Die Geschichte Rastalela sagt, solange Radha von Krishna abhängig waren, hatte sie nie Freude und Wohne erfahren. Sie hatte immer Stimmungsschwankungen. Sie wollte Krishna besitzen und hatte alle mögliche Probleme dadurch. In dem Moment, wo sie Krishna in all den Gopis, den Anhängern, sah, wurde sie erleuchtet. Die Liebe ist gereift, wie Shiva sagt. Die ganze Aufmerksamkeit wurde der Erfahrung zugewendet und nicht in Richtung des Objektes. Nicht zum Objekt der anderen Person, sondern zum Subjekt, dem Selbst. Wenn die ganze Aufmerksamkeit zum Subjekt zu dir gerichtet ist, benutze die Liebe als vor zum Göttlichen. Die Liebe erschafft den Weg zu deinem Wesen. Das nächste Mal, wenn du wirklich in jemanden verliebt bist, in der Liebe bist, deine Mutter, dein Vater, dein Ehemann, nein, das kann nicht sein, vielleicht eine Gottheit oder ein Guru, wenn du offen bist und nicht kalkulierst, wenn du nicht dieses unsichere Gefühl hast, dann sei entspannt und dich selber. Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf die Erfahrung, welche du machst. Sitze einfach nur mit dir selber und benütze diese Technik als Tor zu deinem Selbst. Es ist die Tür, um in das Geheimnis zu gehen. Es ist die Tür, um in das Subjekt zu gehen. Es ist die Tür, um in dich selbst zu gehen.